Im westlichen Mostviertel in Niederösterreich liegt das Schmiedezentrum Ipsitz. Eingebettet in eine wunderschöne Landschaft trifft man dort auf das Ferrum. Das Ferrum ist eine Erlebniswelt rund um das Element Eisen. Ipsitz ist seit vielen Jahren das österreichische Schmiedezentrum und veranstaltet regelmäßig große Schmiedeevents wie etwa das internationale Ferrakulum, Schmiedesymposien oder die berühmte Schmiedeweihnacht. Viele Schmiedekünstler haben sich inzwischen in Ipsitz angesiedelt. Im Ferrum öffnet sich dem Besucher eine unentdeckte Welt. Eisen ist ein Element, das uns täglich umgibt. Es verändert unser Leben maßgeblich, auch wenn wir es gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Eisen wird gerade in seiner Herstellung mit Feuer, Hitze, Energie oder Mächtigkeit in Verbindung gebracht. Schmiede waren daher seit jeher mystische Figuren, die großes Ansehen genossen. Dieser Faszination kann man sich schwer entziehen und es begeistert jung und alt. Wissenswertes wird hier in Verbindung mit der eigenen Experimentierfreudigkeit vermittelt. Daher ist ein Familienausflug in die Welt des Eisens auch mit viel Freude und Spaß verbunden. Spektakulär ist auch das historische Bauwerk, in dem diese Eisenerlebniswelt untergebracht ist. Im oberen Bereich des Ferrum taucht der Besucher plötzlich in eine grandiose Dachlandschaft, die eine eindrucksvolle Wirkung auf das eigene Raumgefühl erzeugt. Mit Hilfe modernster Technik pendelt der Besucher in dieser virtuellen Welt ständig zwischen Geschichte und Gegenwart. Die kurzweilige Reise durch die Metallwelt begeistert den Experten genauso wie den Überraschungsbesucher. Im Ferrum kann man sehen, staunen, spielen, probieren und studieren. Erfahrene Ausstellungsbegleiter erhöhen mit ihren fachlichen, aber auch humorvollen Erklärungen das Vergnügen der Besucher. Schmiede und Metallhandwerk waren schon seit jeher Teil der regionalen Kultur. Heute sind wieder zahlreiche Hammerwerke revitalisiert und in Betrieb. In einer Schmiedeakademie wird auf den Originalanlagen das Wissen weitergegeben. Vorangemeldete Besucher können aber auch selbst ihren ganz persönlichen Nagelschmieden und sich der Faszination von Feuer und glühendem Eisen hingeben. Mit dem Ferrum, der Schmiedemeile, den aktiven Schmieden und einer hervorragenden Gastronomie ist Ipsits Ziel zahlreicher Bus- und Familienreisen. Das Ferrum-Programm wird ständig mit Sonderausstellungen ergänzt. Dem Besucher werden zusätzliche regionale und internationale Schaustücke mit Bezug zum Eisen präsentiert. Das Thema Eisen ist dadurch immer wieder neu und aktuell. Im bestens sortierten Ferrum-Shop kann man regionale Produkte erwerben. Beliebt sind die in Ipsits geschmiedeten Eisenkunstwerke, Schnäpse und Säfte der umliegenden Bauern oder sonstige handgefertigte Mitbringsel aus dem Zentrum des Eisens. Eisen erlebbar machen. Das ist das Ziel des Ipsitzer Schmiedezentrums, das man wunderbar an einem Tag besuchen kann. Die spannende Eisenwelt Ferrum präsentiert einen Gleichklang von Kultur, Unterhaltung und Kunst. Hier verschmelzen Geschichte und Gegenwart zu einem einzigartigen Erlebnis. Das Ferrum in Ipsits ist immer eine glühende Reise wert. Das Ferrum in Ipsits ist immer eine glühende Reise wert. Das Ferrum in Ipsits ist immer eine glühende Reise wert.